Und damit Willkommen zu Blutfang Siebelzahn. Ich hoffe jetzt haben wir ihn gleich. Daum. Alleine haben wir keine Chance, wenn wir keinen Speer haben. Ich glaube wir sollten kurz ausruhen, bis zur Morgendämmerung schlafen, Holz sammeln. Oder wir versuchen es nochmal. Einen haben wir. Kommst du von oben? Nein, von da an. Ja, der schlicht zu schnell. Ja, Mann. Er ist einfach schneller als vier. Können wir den auch entzünden? Jawohl. Na, von wo kommst du? Wo kommst du her? Ich höre ihn, aber ich weiß nicht wo. Von wo? Da oben? Da oben. Scheiße, jetzt haben wir unseren... Heil dich, los! Hier durch. Hier hat er uns. Nein! Verdammt! Shit! Wir müssen dabei laufen. Wir sind die Beute. Okay. So, und... Nochmal, komm. Einmal müssen wir noch. Genau. Genau. Ah, der ist zu schnell. Scheiße. Lief schon besser. Lief schon besser. Ja, wäre geiler, wenn wir die ganzen Fallen aktiviert hätten. Dann könnten wir besser vorhin weglaufen. Aber jetzt sollten wir ihn auch bald haben. Nein, shit. Ich sag noch, jetzt sollten wir ihn gleich haben. Genau. Wir haben bestimmte Zutaten nicht mehr. Deswegen heilen wir uns so gerade. Das ist ein bisschen blöde. Ja! Wir sind out of alles. Rotblatt oder Grünblatt fehlt uns. Nein. Legen wir den erstmal fest. So. Achso. Okay. Wir können erstmal jagen. Genau. Erstmal Holz holen. Werden wir auch erstmal. Wenn wir denn welches finden. Nirgendwo Holz hier. Da vorne. So. Wir haben wieder Tag. Ja. Eine Nacht brauchen wir noch für die Jagd. Auf jeden Fall. ein paar Taschensteile. So. Ich hätte jetzt ganz viel gerne. Seltenes Südhorn. Sehr gut. Nehmen wir immer gerne mit. Wir müssen erstmal unsere Bestände wieder auffüllen. Das ist eine Ranger-Aufgabe. Okay. Wir gucken mal eben. Was ist denn die Aufgabe? So. Oh. Oder. Oder. Nein. Och Mann. Ja. Den gekillt. Scheiße. Ich krieg die Krise. Schilf nehme mit. Ärgert mich gerade alles ein bisschen. Läuft nicht, wie es laufen sollte. Ich weiß nicht, ob wir die erlegen können. Wir versuchen es. Wir brauchen eh Fleisch. Noch mehr U-Darms. So. Weiter geht's. Ich hoffe, du bist das. Dass wir noch in dem richtigen jetzt hinterherlaufen. Ich hab nämlich nicht aufgepasst. Okay. Könnte auch da oben sein. Wow, knapp. Das sind zu viele. Eindeutig zu viele. Oh, oh. Ins Wasser. Ja. Hau ab. So. Und weiter geht's. Okay. Haben wir das jetzt erlebt? Nein. Zieh ab. Wir sollten mal kurz Hilfe rufen. Oh, ich dacht schon. Wo ist das Viech jetzt hin? Von hier? Von hier? Schilf nehmen wir mal mit. Hm. Ich hab jetzt echt keine Idee. Der blöde Scheiß-Leopard hat uns abgelenkt. Boah, erschreckt mich doch nicht so. Boah. Hm. Willst du ein Pfeil stecken? Nein. Du. Ja. Ja. Ja, endlich. Sieben Fleisch. Sehr gut. Gut, hätten wir gleich von Anfang an zusammen machen sollen. So, wir stellen erstmal neue Pfeile her. Wir haben viel zu wenig Pfeile. Wir brauchen viel zu viel von allem. Erstmal alles Pfeile herstellen. So, und weiter Holz sammeln. So, wir sehen uns. Oh Mann, ich wollte unsere Bären heilen. Boah. Wundervoll. Scheiße. Was das für eine Folge. Kann nicht wahr sein, echt. So, unser Bär, das haben wir noch überlebt, ne? Genau. So, komm her Teddy. Jetzt legen wir das Viech noch rum. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Ist weg? Echt? Nee, da unten. Was sind schon wieder zwei? Nee, komm, wir lassen es. So, wir brauchen noch Holz, Holz, Holz. Vor allem dürfen wir uns nicht so sehr ablenken lassen, dann bringt das Holz sammeln auch nichts. Wenn wir es immer wieder gleich verballern. Vor allem wir brauchen noch eine Menge Holz. Was? Das ist das nächste Problem. Damit wir auch Fallen aufbauen können. Ist nicht mal eben so, sagen wir es. Genau. Ey, kann nicht sein, ne? Mal, lass mal kurz den Bären machen. Ich weiß auch nicht, was momentan los ist. So. Schlupfloch entdeckt. Der nimmt alles auseinander. Haben wir hier irgendwas interessantes? Was können wir hier platzieren? Okay. Ja, wir müssen sich mal heilen. Guck mal her. Guck mal hier. Bestie heilen. attern strahlt. Nee, nee. Abs. Vielleicht ist das gute Stück. Stück. Wie ne Elefant im Porzellanladen. Einen Schritt gemacht. Klür. So, da vorne haben wir noch Holz. Nein. Nein 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 Eingesammelt. Da noch mehr. Ja. Dem ist so. So. Hier sind viele Pfeilen, die man aufbauen kann. Wir bauen aber nur welche ums Lager auf. So. Neun haben wir jetzt. Ähm. Was haben wir da oben? Das ist Schiefer. Nehmen wir auch mit. Ja, ärgerlich, dass wir sie für Holz brauchen. Warte mal, so weit sind... Falsch, Tasse. So weit sind wir doch nicht von zu Hause weg, ne? Nein. Wir könnten doch auch... Haben wir nicht da ein Lager? Also ein richtiges, oder... Können wir da Schnellreise hin machen? Ne, da können wir nur einen Wegepunkt hinsetzen. Verdammt. Verdammt. Das ist nicht gut, nicht gut. Ähm, gut. Dann müssen wir doch Holz sammeln. Ganz ehrlich gesagt, gehen wir kurz ins Lager zurück und nehmen da das Holz raus. Aber dann wieder hier ganz herlaufen. haben wir hier noch Taschen? Tasche, Tasche, Tasche. Ja, hier ist das Belohnungslager, aber da können wir nichts rausnehmen. Du musst im Dorf sein, um Dinge aus deinem Belohnungslager zu entnehmen. Ich weiß gar nicht, warum wir dann da reinkommen können. Was hast du denn gemacht? Äh... Spiel, manchmal willst du mich verarschen. So, ähm... Folge uns. Holz. Hier ist Holz. Da vorne ist noch mehr Holz. Sehr gut. So, Freunde. Aber wie ich sehe, wir haben schon wieder das Folgenende. Ich muss mich leider genau an die Zeit halten. Und hab jetzt schon wieder zwei Minuten drüber. Ähm... Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020